Hallo Leute, willkommen zurück zu einem Isaac Video. Heute spielen wir Isaac und ja, wir fangen an. Ich habe keinen Bock auf Anmoderation, wir spielen einfach. Das wird die beste Anmoderation allerzeit. Ich habe immer die besten, danke. So, wir spielen hier schön auf Deutsch, Verbindies. Auch geil hier, Herausforderungen. Weiß, das tut mir weh. Was? Ich kenne das nur auf Englisch. Das tut weh. Ja, in Repentance kann man jetzt eh drücken und dann... Oh mein Gott! Isaac wurde verprügelt und jetzt müssen wir sie spielen. Ich bin Maggie. Ich habe tödliche Umarmungen. Wir sind beide verprügelt. Was ist vom letzten Mal passiert? Oh. 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 Pock. Pock. Mach, mach, mach. Nimm, nimm. Okay, okay. Wiederverwendbares Böses, aber zu welchem Preis? Ich habe ein leckeres Herz. Warte, ich renne mal in die Gegner rein, ne? Was? Wie was? Ist was? Ich habe Tented Maggie nie angefasst bis jetzt. Oh, ja. Dann wirst du jetzt sehen, was sie kann. Sie kann alle tot umarmen, aber besser als nicht. Das macht Sinn und sie kann halt nicht dauerhaft volles Herz. Ach ja, und verliebt die ganze Zeit Leben, deshalb blutet sie. Deshalb hat sie ständig ihre Erdbeertage. Ich meine ihre Erdbeertage. Das sind gleich einiges. Naja. Oh. Und die Herzen, die da hinterlassen werden, wenn ich jemanden besiege, die einfach nur für zwei Sekunden. Ah ja. Okay. Warum haben wir die blauen Steine oben nicht oben? Da waren die blauen Steine? Ja. Hier. Oh. Äh, nimm du das. Bei mir lohnt sich das nicht. Bei mir blut sich das nur weg. Herzhaft? Ja. Auch Silber jetzt nur weg? Ja. Aber ich glaube, die halten sie länger, aber trotzdem. Guck mal, was ich machen kann. Ja. Bäm. Aber ich kann auch normal schießen, aber das ist lame. Wer macht denn das bitte? Das einzige, worauf ich aufpassen muss, ist, sind Projektile. Ja, da kommt ein Boss. Jetzt komm. Ich bin tot. Guck dir das an. Tod. Jetzt der nächste. Ja, das war's. Was? Das kostet Herzen? Das ist interessant. Also, ich nehme mal Goathead, ne? Wenn du meinst. Er nimmt dein Opfer an. Man kann jetzt hier nach links gehen zu den neuen Gebieten, aber wir haben nur den Plan. Ähm. Ja. Stimmt, was machen wir? Stimmt. Warum wollen wir jetzt? Jetzt blut ich sowieso nicht mehr. Ähm. Entweder wir machen eine Mama, oder wir machen Biest. Scheiße, ich weiß es nicht. Was machen wir? Wohin? Wohin? Ihr müsst jetzt abstimmen, Leute, im Chat. Ich streame das zwar nicht, aber wenn ich streamen würde, würde ich sagen. So, so. Bis zur nächsten Folge, ne? Wo wir abgehen. Haha. Bis zur nächsten Folge, wenn wir uns in China haben, wo wir lang gehen werden. Wir haben so ein bisschen Beschlüsse. Wir können eigentlich hier lang gehen. Hm. Hm. Wo gehen wir? Ich bin bestimmt kein behindertes Kind. Getrogen! Oh, die Musik gefällt mir. Das machen die Mama. Ja. Mami Ending. Und nicht das True Ending. Ach komm und arme einfach. Zack. Zack. Scheiße. Der Davidee geht davon nicht viel. Das ist interessant. Äh, erst guckt nur bei den, nur bei den richtigen Herzen. Das daneben ist ein blutiges Herz. Ah. Okay. Guck mal, und ich brauche Gegner. Das heißt, wenn ich nicht schnell irgendeine Heilung sammle, dann, äh, werde ich von normalen Herzen getroffen. Und dann habe ich dann eine Davidee. Dann aktiviere ich einfach Tata. Ich habe recht Angst, wenn wir zu geistern werden. Ja. Ja. Macht Spaß, oder? Ich... Voll in der Action. Ja, ich weiß. Achtung. Du hast dich treffen lassen, nicht ich. Ich will Super Bandage. Ich will das haben. Ich will das haben. Dann nimm Super Bandage. Ja. Plus zwei Herzen. Guck mal, jetzt bin ich wieder hübsch. Ja, toll. Ich bin jetzt weg. Scheiße, die... Ich blut sie gleich weg. Schnell. Ich will sie nicht wegbluten. Äh. 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 Oh, dieser kleine Biest. Ich hase den kleinen Geist. Mein Tod? Wo war? Ja, ist Tod. Okay. Let's go. Ja, das muss sein. Kleiner Blubberer. Hehehe. Kleiner Blubberer. Hehehe. Oh, der Name. Der Vorteil ist, der ist von Minions. Das ist sehr gut, finde ich. Ja, ich brauch schnell Heilung. Oh nein. Du hast im Notfall noch dein Herz. Ah. Du hast Schwein gehabt. Oh mein Gott, ausgesehen wie knapp das war. Knapp eh ich. Mir fehlt ne Pupille. Und wenn ich willst du haben, die Leiche? Ja. Nein, lebe. Rein da! Der ist ja noch Mist. Der, 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 der will. Wen soll ich nehmen? Ich hab ja sowieso schon Blut hinter mir. Deshalb brauch ich das gar nicht. Soll ich Spectral Tiers nehmen? Äh. Ich weiß nicht. Was meinst du? Suchst du aus. Für mich ist das nix. Spektrale Tränen. Äh. Wie ist das? Äh. Äh. Was ist das denn? Was? Randomly increases 4 Stats. Randomly decreases 2 Stats. Einige Werte hoch. Eine Werte runter. Ja. Ich hab ein Herz dafür gegeben, dass ich ein Herz bekommen. Und dafür Damage verkackt. Verdammt. Hehehe. Der Arm mit Damage. Ja. Au. Ich fühl dich doch nur umarmen mit meines Todes. Du darfst nicht umarmt werden. Du darfst nicht umarmt werden. Du musst aufpassen, weil ich hab keine Fotosherzen mehr. Ich muss jetzt irgendwie... Ja. Tempo machen. Dann mach du bald Tempo. 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 Oh. Warst du, die geben keine Herzen? Ja. Ja. Das ist Scamp. Das nenn ich Scamp. Ja. Verdammt. Ja. Die haben mich geziel los. Das ist wie sie. Ich sterbe. Meine Umarmungen reichen nicht aus. Ich sterbe. Warum du umarmelst sie mich alleine? Ich wollte sie doch nur umarmen. Warum? Nein. Ich bin so... Kriegst du das schon hin? Ich glaub an dich. Woh. Nein. Nicht schon wieder. so es gibt so einen komischen bug bei isaac mit denen können wir nicht zusammen spielen wenn einer stirbt weil dann jedes moment raum klärt das game crash und ich spiele alleine leider aber er hat doch die wiki dabei ist der erste wichtige hinweis ok danke tomate prost tomate der zweite ist immer gut ich kann die einfach kaputt latschen das gesehen ja das ist jetzt will ich nicht ohne will ich nicht nur mit dem ergie nichts und das an guck dir das an explodiert alles in herzen ist das nicht süß ja voll süß ich spreng leute mit umarmungen um voll süß stell dir vor du bist dazu verdammt nie wieder leute zum aber wenn du leute umarmt dann bringt sie sie damit um du könntest einfach bei der polizei mitarbeiten irgendwo ist ein raub ja dann geh einfach dorthin umarmen den und anders als foltermeister was machten herzschaden hier in den typen rührst du hast ein troll der hat mich voll getrollt ok noch mal von vorne let's go xl eben achtung jetzt hast du schon david die weg nice oh jetzt du musst verringern die chance ich weiß nicht wovon du redest hä was ich hab erger bekommen wir den ersten run natürlich des tages ja das ist der erste run den wir heute spielen ich hoffe heute läuft es gut oh mein gott ich will euch umarmen wisst ihr was fuck it ich weiß hat funktioniert ich hätte gern noch den warum nicht hier ist ein kleines partywut kleiner horn komm her kleiner horn das ist der schnelle und der spuckt nur bomben und das sehen du bist fast tot er ist tot sagt ja auch nur dass du fast und dann willst du nicht ein leckeres herz verwenden mäßigkeit das macht was macht denn mäßigkeit welt mäßigkeit beschwört die blutspendenautomat seit ich jojo angefangen habe zu gucken sind das für mich keine ich finde schön das spiel ist auf deutsch aber die der dinge die anzeigen was die karten macht durch joker einsetzen würde sich halt lohnen theoretisch da kannst du eh im ersten nix machen was ist das bitte für einen raum noch nie gesehen mit fünf truhen ich schon ich habe dich sogar den raum sogar mit drei truhen gesehen war du aus box soll ich es mitnehmen ja ich habe guck mal wie viel info das hat ok der pandora irgendetwas zufälliges macht kann soll ich aktivieren ja in der efa zwei seienerzen das macht immer was zufälliges und noch einen joker den behalte ich du stinkst die musik ist an sich immer gut nur ist ein problem was ich meistens er habe ja nimm das relikt seelengenerator geil ist dass ich was bist du das sind viele jeder fliegt darauf voll schwierig anstrengend alter ich weiß gar nicht wie ich das überlebt habe ganz los und ab geht's töten und nein nein es ist der nein ich hasse ihn so sehr wie hat das funktioniert der hatte ganz viele minions ok 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 wow wow oh mein gott oh mein gott wo kommt er habe ich ihn anscheinend so weißt du was easy joker ja ja soll ich kannst du machen das buch bilial also es macht Raumdamage oder äh nein das macht dich für einen Raum stärker ah oh schlacke 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 2 ja schlacke schlacke rrrr au wie siehst du machst du jetzt mir schauen oh oh bastard geil ist wie in generato hey wird's kuscheln oder was dann fragt man gefälligst nach und rempelt man eigentlich an tja jetzt ist aber ein problem uuuh na pff da geh ich jetzt rein das ist eigentlich gut das kannst du nachher verwenden wenn du äh dings wenn du äh dich in geist verwenden kannst du die truhen unterwegs mitnehmen ja stimmt guck mal ein schlüssel yes das das vergisst man nämlich ganz gerne wenn man fein vor nicht fliegen kann wo dass du als geister äh irgendwo hinfliegen kannst du nein der Terminal ist kacke oder rechts 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 schande man schon was maske maske block halt manchmal damage ach für mich ist das geil ja für meinen Charakter ja das und unter anderem nimm es nimm es nimm es nimm es ich habe zuletzt erst den Erfolg bekommen die dreimal zu sprengen hahaha weißt du schon fünfmal begegnet nein nicht wackelnwurm ich will news diaper fuck ich hab die falsche um ich hab die falsche taste gedrückt die schwere ich hab die falsche taste gedrückt warum scheiß der mich an der scheiß nicht an das hat du war nur eine scheißbombe das ist ein problem warum hab ich ein problem ich hab kein problem das ist ein problem das ist ein problem nein ich hab kein problem mir geht's super mir geht's prellig ich hab kein Problem im Leben mein Leben ist super du hast doch ein leckeres Herz denk dran oh war das lecker aber jetzt oh mein Gott ich werd das nicht schaffen du hast ein Schaden umgeblockt du solltest vielleicht nicht in der Furzwolke stehen bleiben wo soll ich stehen bleiben nicht in der Furzwolke weil die explodiert mit aua oh er ist draußen er ist draußen das ist besser ja wie man es nimmt jetzt dash er mich nicht mehr voll das stimmt das ist besser für mich oh ich hab mein Damage abgeblockt aber du hast so viel Damage schon abgeblockt wie lebe ich noch äh äh oh das liebes Tagebuch ich heute bin ich gestorben ich wurde diesem Ding ich wurde diesem Ding getötet in einer was Kana was Kana Kana Kanalisation das kannst du doch nicht lesen das sieht aus wie ein U hässlich ich überlasse alles was ich besitze meiner Katze Gapi cooles Zeug auf Wiedersehen grausame Welt Kso Kso Maggi ja komm mal rüber hier was ist das für ein scheiß Raum einfach abgesperrt alles ja die Spinnen einfach rüberklettern können jetzt wach erst mal rechts den Spinnenproduzenten platt den Produzenten ja das Produzent du mehr nicht gebrauch der Spinnenproduzent hallo ich kann verschwinden uke Powerpill waka 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 ein Kraftpille wow Mamas Pillenflaschen Sammler ukepu die könnten glatt von mir sein die Pillen befallen statt Infektivs befallen links oder rechts könnte er geheim rum sein wenn er jetzt hier nicht ist ne ach geht doch Pillen das wird nicht das ist der Pillenrun nein Schusstempo äh Schusstempo ist das nutzen kannst du zaubern oh god Juge ach nein herzlichen Glückwun wir haben das schlechteste die schlechteste Pillen schon mal weg auch maaaaa ich hasse Oyoo Wizard Stecknadel pin wenn 우리는 pin heißt jaja aber wenn des *** aber des 2 nicht Stecknadel heißen Google Trends, den passt, packt das schon. Stecknadel. Wie übersetzen wir jetzt den und den? Ja, genau. Oh, ich will das weg, ich will das weg. Ja, ja. Komm, Stecknadel ist doch einfacher was. Naja, wenn man einen Schaden kriegt, ist was schiefgelaufen bei der EU. Wie bitte? Was? Nix. Ich find's lust, dass es nachher einfach einen Raum gibt, wo es drei Stecknadeln gibt. Nicht drei Stecknadeln? Kannst du mal stehen bleiben? Geht doch. Ich will schon mal ein Baby. Stemset ist geil. TP hoch. Ich glaub, TP ist Leben. Fuck, ich verwechsel das jedes Mal. Pupaday. Das ist so schlimm, das lädt dich sowieso schon schnell auf. Steven. Ich will Steven. Ja, der Begleiter. Steven. Kleiner Steffen. Psychofreund. Der andere Steven ist besser. Ist mir doch egal. Ich geh mal Damage ab, halt. Der ist ein guter Damage ab. Der ist trotzdem gut, ja. Das hast du nicht mehr lange. Mal gucken, wie lange ich überlebe. Schnell. 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 Nix Ebene. Schnell. Oh, der dauert mega lang, der Boss. Das werd ich nicht. Ah, Leute, guck mal. Das Herz bleibt bei mir kleben. Es verblutet zunächst. Das ist gut. Können wir kurz drüber reden, dass ich ihm so viel Damage schon gemacht habe und mein Herz ist weg. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Schwanzvergleich. Oh, Scheiße. Die Dead Boyi und das Pedramen ist meinsch. Damage habe ich immer schön. Hast du alles auf dieser Ebene? Ja. Jetzt sind wir wieder in Schlacke. Schlacke. Ich weiß nicht, wie viele Leben ich hab. Das ist so schlecht. Ich würd das euch nehmen. Großes Geschäft. Oh, oh. Oh, das ist geil. Damit scheiß ich manchmal und dann kommen da so Bomben raus, oder? Genau. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Juhu. Juhu. Großes Geschäft. Die Silversatzer. Ja, ist es auch. Die haben auf jeden Fall ein großes Geschäft gemacht. Space. Riff. Ja. Weißt du, warum ich was verwirrt? Weil mein Item unten rechts ist. Also ich ja doppelten Platz habe. Ja, weißt du nicht. Deshalb verwirrt mich das. Weil es eigentlich immer oben links ist. Oh, Dreamcatcher ist geil. Komm, ich scheiß mal kurz. Ich muss, ich muss mal, ich muss mal scheißen. Ne, guck nicht hin. Ich muss. Oh, 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 oh. O-oh. dann mit deinem hintern die denn sie nehmen 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 kerstin korn sie haben vier herzen danach haben sie nur ein herz und du hättest die helft da um mich direkt nehmen sollen nicht drüber soll ich nehmen umarmung werden um einiges kritischer dann lassen wir jetzt und glaube ich liebe dich aber ich kann das nicht riskieren ich denke das neue spiegel muss da ist die flamme ja da kannst du schon mal nehmen ich muss gucken wie nein ich muss erst mal gucken ich muss erst mal gucken nein das ist mega weit weg ah nee ist ja direkt hier dann ich muss nur einen raum machen ich will nicht mehr leben ich bin jetzt ein geist cool Spectral she is you aber kein holy shield parallel welt und es ist misst direkt hier sein oder oh scheiße oh scheiße ich hab angst kein angst mike du schaffst das ich kann durch wände schießen ja ja messer teil 1 ok und jetzt zu den minen mal ein spitzhakke ist bereit so prümen wir mal mentor die habe ich starbe scheiße Das war keine gute Idee! Leute! Siehste? Leute! Oh, die schießen mich ja ab. Ich würde die Feuer ausmachen. Ja, ja, die schießen mich ja wahrscheinlich ab. Oh mein Gott! Oh mein Gott, die Scheiße! Oh mein Gott! Die Scheiße wird dich irgendwann umbringen. Ja, Mann! Ja, mit deinem Snack! Mit deinem Snack! Ah, lecker Traur aus! Lecker vergammeltes Toast! Muss scheißen! Ich muss mal! Ich mein... Ich mein... Ich brauch keine Bomben mehr. Ich habe eine Bomben in meiner Hose! Aha! Viel Spaß! Und was ist das? Was ist das? Was ist das für eine Bombe? Was bist du? Was bist du? Hast du doch gesehen? Ich hatte eine ganz kleine Bombe. Der hat Bomben in seiner Hose, alter. Genau wie ich! Aber seine sind gigantisch! Was hast du denn gegessen? Ich hab's vergessen. Spinnen. Ähm... Oh mein Gott! Die Bombe war gut gesetzt. Danke! Wuhu! No Damage! Easy! Das Spiel ist einfach zu einfach für mich. Ich soll's nochmal Dark Souls lieber spielen, das Spiel ist besser. Das ist zu einfach. Ich bin dafür. Oder sag ich links? Was meinst du? Das ist fies! Was sagst du? Links bringt er halt immer ein Herz. Das Problem ist, du bootest das Herz einfach wieder weg. Soll ich das nehmen? Würde ich fast sagen. Da kannst du lieber die Pillen nehmen. Ja! Das ist ein gutes Item! Gegen Shell! Der hat wirklich übersetzt. Ich dachte, da heißt jetzt Panzer oder so. Shell, Panzer. Oh, ich hab die Scheiße aufgenommen. Ich hab die Scheiße nicht gesehen, Mann! Du musst ihn erstmal freisprengen. BAM! Du musst ihn erstmal freisprengen! Ich kenn den Boss nicht! Du musst ihn erstmal freisprengen! LOL! LOL! Das war's nicht! Aber du hast ihn so gut getroffen eben mit der Bombe. Er hat doch, dass ich getroffen war. Das war's für mich selber! Ey, da brauchst du ja mega einfach! Ey, da brauchst du ja mega einfach! Da brauchst du ja mega einfach! Ja, wem eben perfekt getroffen hast. The Fool... Der Narr! Der Toon! Der Gehengte! Der Gehengte! Der Toon! Der Toon! Ja... Herz 2! Okay... Guck mal... Ähm... Guck mal, er ist der Schalter! Wo ist der Schalter gut? Ich weiß es nicht. Wir sollten es herausbilden. Oho... Ich will die Jungs! Es geht noch nicht! Kannst du noch! Puppertät!! Ersachsen! Erwachsen! Ich hab'n Part! Obwohl ich ne Frau bin! Let's go! Also mein Kind, da du jetzt alt genug bist. Jo! Gabi Schwanz! Endlich ein Schwanz! Ja, mit dem Bart passt das ziemlich gut. Schön, dass du erwachsen bist. Jetzt ist das endlich gelernt. So, der zweite, einer fehlt noch und der Goldraum ist direkt hier perfekt. Und läuft alles nach Plan. Was stinkt denn hier auf einmal so? Das bin ich, sorry. Ich hab ein bisschen geschissen. Ich bin das Auge, oder? Das Kontroll tiers. Rechts ist Risiko, links ist safe. Das ist ziemlich gut für mich. Jo. Nehme ich mit. Sag ich nicht zu. Die Entwickler. Das ist ein Minibus. Ich hab Hunger. Gebt mir euer Fleisch und Lefthead. Um zum Boss zu teleportieren. Geh zum Shop! Geh zum Shop! Danach! Geh zum Shop! Geh zum Shop! Geh zum Shop! Ich bin doch schon drin, verdammt! Oh, das ist ja ne Scheiße. Wo bist du weiter? Oh, das ist ja ne Scheiße drin. Warum ich dann... Hä? Hier? Nach der Analyse würde ich sagen, wuchs wahrscheinlich ja. Cool. Krass, ne? Deshalb bist du hier, weil ich das nicht selber habe. Was ist das denn für ein Mistvieh? Was ist das? Was ist das an seinem Kopf? Komm, wir erlösen ihn. Wir erlösen ihn. Falls jetzt auch mein... Äh... Ja. Oh! Wow! Großer Gideon aka Greed-Mode-Boss-Kampf. Wir machen jetzt sechs Wellen von Gegnern. Die Bombe explodiert. Sehr geil. Stopp! Oh mein Gott. Warum... Warum spuckst du mich an? Ich hab dir nichts getan. Arschloch. Arsch! Arsch! Nomm! Hey, guck mal, mit der Powerpill ändert sich doch rein gar nichts. Im Vergleich zu was Tainted Maggie sonst immer macht. Kannst du mit in deine Scheiße? Tänkte, ich kann das aufessen. Nomm! Ah! Oh, ich hab meinen Deal verkackt. Jetzt fallen wir alle rum. Ja, ey, du bist echt kacke. Äh, was soll da... Nein bin ich nicht! Äh... Äh... Komm, gib mir Herzen! Mehr! Weil sie explodiert in dir! Mir doch egal, ob sie in mir oder außer mir exkludieren, männer scheiß, egal, man! Lass mich durch, man! Ich muss den Typen in die Fresse hauen! Ah! Aber ich will sie einfach nicht auf die Fresse bekommen! Ich möchte nur verteilen! Oh, geschafft! Pillbox, 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 hier! Was ist das alles? Volle Gesundheit! Das ist gut! Äh... Mach schon mal die Tür um links auf! Mach die Tür um links schon mal auf! Ah! Alterspringpol4, hast du gesehen, wie viel das weg gemacht hat? Ja, ja, aber bevor du dich verblutet hast, kannst du dir über die Herzen dafür nehmen, dass die Tür schon mal auf ist! Ich könnte noch einen Raum machen, um meinen Queue aufzuladen! Äh, meinen, meinen, meinen Space! Schon wieder verwechselt! Fuck! Schon wieder Hosen geschissen! Pow! Er soll durch die Tür! Ja, wow! Ja, siehste, der Weg ist erstmal sowieso lang, als wär das so locker verbutet! Nein! Doch! Nein! Doch! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich hab nur zwei Herzen! Alles für Karos Messer! Oh nein! Da kommt sie schon! Sie will mich essen! Oh mein Gott! Isaac! Ah! Lass mich in Ruhe! Mama! Ohohoho! Okay! Ähm, 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 ähm! Ah! 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 Wie einfach! Hä, warum ist das so einfach? Letztes Mal war das voll schwierig! Siehste als Übung! Ohoho! So weicht man aus! Ah! Ja! Ja, siehste, easy! Hä? Wo waren denn meine Probleme? Hä? Easy! Jetzt haben wir das Messer! Easy! Da hast du sehr gute Alte, du kannst die Herzen holen, du kannst dir Temporäre Unverwundbarkeit geben, Nachdenken Mike, nachdenken! Also es sieht nach folgende Analyse sehr ziemlich stabil aus. Gehenna, Flutterblüht. Links oder rechts? Oh, Robo Baby! Freunde bis zum Pfssp! Oh, das sind die oder? Die mag ich manchmal nicht, weil die einfach so komisch sich bewegen. Ja, die bewegen sich so. Scheiße! Nein, die bewegen sich genau mit einem. Das finde ich nervig. Eben, Scheiße! Stirb! Stirb! Wen meinst sie jetzt? Den, den, den oder den? Egal, rein da! Umarmen! Umarmen! Nehmen! Das ist nämlich meistens irgendein Gapi-Item. Ein Gapi-Item fehlt noch. Äh, schieß mal nicht! Äh, schieß mal! Ja, ja, ja. Ja, gut, ja, ja. Ich finde die Fischer lustig. Vor allem, wenn man noch gar keine Ahnung hat, was sie machen. Da finde ich sie eigentlich am besten. Easy! Danke! Ab, Boss! Let's go! Mach den Boss! Du wirst... Die Visage! Ist das schwer? Oh, der ist nervig! Oh nein, nicht nervig! Oh mein Gott! Herzen! Er ist nervig! Das Herz, ne? Das ist diese Maske. Diese Masken liegt da als Boss. Hä? Lol! Oh mein Gott! Voll cool, aber Hilfe! Komm, die Scheiße erreicht ihn ja! Der Masse ist an sich richtig geil, aber das ist ultra nervig! Der ist auch richtig gut animiert für Isaac Verhältnisse! Ja, ja. Also, der ist wirklich... Wunderschön! Der ist einfach wunderschön! Beautiful enemy! Was macht der da für eine elektronische Scheiße? Oh mein Gott! Denk dann, du kannst ihm auch temporäre Unverwundbarkeit geben! Aaaaaaah! Umarmen, umarmen, ich! Umarmen, ich! Komm, Liebe! Dein Herz braucht Liebe! Liebe! Hä? Develi! Der Kopf bleibt da! Hatte da... Guck mal, hinter ihm! Das sind alle seine Isaacs, die er alle umgebracht hat. Ja, da hast du deinen Geschwister herzlichen Glückwunsch! Sind Höhel! Das ist gut! Der will die, 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 äh... Ach ja, stimmt! Soll ich's riskieren, eins zu nehmen? Du hast genügend Herzen! Oh, Joker ist ja gut! Du hast genügend Herzen! YOLO! Ich hasse mein Leben! Du hast genügend Herzen! Soll ich! Soll ich's! Ja! Tu es! Süßes Leiden! Ja, das ist, das ist in Ordnung! Ja, aber jetzt habe ich nur noch vier Herzen! Das ist so wie am Anfang des Spiels! Für Gimpy hat's nicht genug! Hetzte! Nee, nee, nee! Ja, sag, danach werde ich's nicht mehr überleben! Hier werde ich sterben! Alta! Spoiler nicht! Sorry! Spoiler! Sorry! Hey! Auf zu spucken, alter! Spuck jemand anderem, aber nicht mich! Spoiler! Oh Gott! Wecker! Ist das Ruhe? Wo? Rechts! Oh! Ach komm, scheiß auf Warten! Weiße! Du hast geflogen! Ähm! Ich brauche keinen Joker benutzen! Das ist doch cool! Das kostet zwei Herzen! Lohnt sich nicht, oder? Ich würde bei diesem DVD nix nehmen! Oder noch nicht! Ich, 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 ich hasse diese Lampen, ne! Die sehen so harmlos aus, aber die sind nerviger als man denkt! Oh, die Lampen gehen! Die Lampen sind in Ordnung! Ähm! Ähm! Hä?! Wo?! Hä?! Ähm! Ähm! Das ist geil! Aber es ist gut für meinen Charakter! Ähm! Ähm! Ja! Kann man machen! Hemolakrie! Ich sehe rot! Oh mein Gott! Ich sehe wirklich rot! Ich mag das Item aber! Ich mag das! Damit kann man arbeiten! Ich hab Hunger! Damit kann man arbeiten! Da kann ich nur richtig! Pff! Ja! Wie gesagt! Damit kann man arbeiten! Habe ich recht! Messer! Messer! Messer MVP! Du hast mein Geld viel getötet! Blablabla! 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 Das ist super! Ey! Es läuft aber gut! Schaap, schaap! Ja, es läuft eigentlich sehr besser! Das ist so ein richtiger Mittelfinger vom Spiel, wenn du Greed im Shop hast! Nimm mein Geld! Nimm es! Nimm es! Nimm es! Beeil dich! Ich blute! Am Daner! Du! Bist du ein Vollidiot! Ein verblöderter Vollidiot! Weißt du das? Nimm es! Wow! Guck mal her! Guck mal her! Er hat dir sein Herz geschenkt! Augensack! Uah! Isaac! Blablabla! Eins! Zwei! Drei! Aua! Und er tritt dir nochmal mit extra Käse! Mit extra Käse! Aua! Was? Der ist so einfach! Einfach! Einfach, sagst du! Ja! Ja! Also man kann ihm easy ausweich! Der ist kaum unterschiedlich! Und Mutter! Also ich mag Umarmungen! Hey! Du hast die Musik! Die easy! Siehst du du stirbst! Warte! Pass auf! Ja! Nimmst du noch das Polaroid oder negativ mit? Das würde ich sagen! Weil du hast das Buch halt! Es geht schon direkt los? Ja! Heilen! Du bekennst sofort mal Mutters Herz! Ich komm erstmal an die Ebene! Nein! Nein! Du musst erst mal Mutter töten! Ach übrigens das Herz ist vielleicht ein bisschen stärker wie das andere! Ja! Das Herz ist immer noch! Ich persönlich finde immer noch das Herz einfacher als den Fuß von der Mutter! Ich denke du hast noch das Buch! Ja! Ich benutze es aber erst wenn ich es brauch! Und siehst du ja das ich gerade nicht brauch! Siehste! Das ist das perfekte Ausweichtraining hier für dich! Oh fuck! Erstmal die schwierigste Variante nehmen! Boah! Mein Gott! Einfach umarmen! Du hast sie umgebracht! Ich hab sie umarmt! Hallo! Ich liebe sie! Rein! Tiefe an die Leiche rein! Ab in! In! Ab in die Leiche! In Leichnam! Eins! Erstmal in den Thronraum! Warum ist in ihrer Leiche ein Thronraum? Hinterfragt es nicht! Sonst wird es seltsamer! Okay! Kann man machen! Kann man machen! Finde ich cool! Ja! Finde ich cool! Hat sich gelohnt! Willst du wissen was ich mache? Oh mein Gott! Flight und Spectral Tiers! Soll ich es nehmen? Für Flugfähigkeit und Spectral Tiers wäre halt unglaublich geil! Das Problem ist, du würdest halt zwei Herzen opfern! Nein, oder? Das ist ein riskantes Spiel! Ja, aber ich bin schlecht! Willst du riskieren oder nicht? I'm sorry, Bro! Das trau ich mich nicht! Ich trau mich aber auch nicht zum Namen, ihr Süßen! Ich fresse euch nicht auf! Denk da, du kriegst jetzt immer ein Herzscharm! Und du kriegst nur ein halbes Herz dazu! Egal! Okay! Hey! Wo soll der Scheiß? Der ist auch lustig! Der ist einfach ich! Der war einfach gar nicht! Du kommst zu mir! Kommst zu mir! Ja, Jungs! Was geht? Aber irgendwie wirkt mir die Ebene gar nicht mal so schwer! Im Vergleich zu was wir vorhin schon alles durchgemacht haben! Es geht! Ich glaub, ab diesem Zeitpunkt ist so eine Ebene nicht mehr so schwer! Genau! Was mich nur bei dieser Ebene immer wieder nervt! Ich vergesse immer irgendwo eine Made! Oh! Weil die so winzig sind! Ja! Und ich such dann wie ein bescheidert! Ich such wie ein bescheulter der nach einer Made! Let's go! Einfach explodiert! Mit euch will ich keinen Kaffee und Kuchen trinken! Das sind die magischen Föten! Bist nicht! Verlust du mir nicht zu, Mann! Der wird unbedingt mit mir umarmen! Aber ich will nicht! Ich hasse ihn! Ich liebe ihn nicht! Das ist halt ein Fötus! Das ist für mich der Sohn, den ich niemals haben wollte! Nimm mein Geld! Nimm alles! Nimm alles! Nimm alles! Nimm es! Trollbombe! Nimm es! Nimm es! Es gibt doch einen! Ach, Junge! Endlich! Ja! Oh, Glocko! Bringt mich zwar jetzt nichts mehr! Aber ja, danke! Glücksfote! Mit ganzen Fuß mitgenommen! Glücksfote! Ja, ja, ich nehme mich mit! Mit so einem Halsband! Soll ich um mich rum? Die hätte zumindest eine Hasenfoto machen können! Jaaa! Nehm, 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 nehm! Soll ich direkt zum Boss oder gibt es noch nur einen Goldraum? Es gibt hier keinen Goldraum? Du bist in der Leiche was gleichzeitig warm ist. Ja, ich weiß ja nicht. Sie hat ja auch einen Thronraum, fängt jetzt auch einen Goldraum in sich. Nimm nicht! Die Geichsel! Der ist okay. Der ist nicht einfach, aber auch nicht übertrieben schwer. Wenn du das sagst. Also er hat sich jetzt öfters getroffen wie das Herz. Ich hab gedrückt! Ich hab leertastet... An einem Toten... An einem Tötenort. Ich zitiere Mike. Ja, ist ja nicht so schwer. Jetzt haben wir nicht mal mehr die Mutter gesehen. In ihrer Leiche. Vielleicht ein andermal. Aber das ist auf jeden Fall Repentance. Sehr interessant, was man hier alles sehen kann. Ich kenn eigentlich schon alles, aber trotzdem sehr interessant, was man hier alles sehen kann. Vielleicht manchmal noch mehr Isaac Stuff. Thomas konnte nicht mitspielen, aber vielleicht kann er irgendwann mal wieder mitspielen. Keine Ahnung, aber danke, dass du hier wirst. Ich bin immer als netter Kommentator dabei. Ich kann hier sagen, ob du scheiße sammeltst oder was Gutes getan hast. Richtig. Und ja. Äh. Ja, ich... Ciao.